Yo, meine Abkommen und herzlich willkommen zu einem neuen Video vom Kanal, Leute! Und heute geht's mal um etwa... Äh, gibt's wieder ein Montagsvideo? Entschuldigung. Ich bin gerade ein bisschen verplant. Es gibt ein Montagsvideo und zwar wollte ich euch sagen, sorry, dass letzte Woche nicht so viel kam. Ich war dann mit dem Vorproduzieren wirklich so im Stress, dass es sich nicht mehr ausgegangen ist, dass ich die zwei Videos noch vorproduziert habe. Weil ich habe einfach erst am Donnerstag angefangen und bin am Samstag schon gefahren. Das war unmöglich, das Ganze noch vorzuproduzieren. Also sorry dafür. Als kleine Entschädigung wird es aber, denke ich, am Freitag einen Stream geben. Und zwar werden wir wahrscheinlich um 19 Uhr loslegen. Das Ganze wird aber auf YouTube stattfinden. Das heißt, ihr bekommt eh irgendwo eine kleine... Wie nennt sich das? E-Mail oder so. Und wir werden da vielleicht zwei, drei Runden Minecraft spielen. Und danach gibt es eine Runde das hier. Ja, ich habe es mir jetzt geholt. Ich habe es mir im Handel geholt, weil ich hasse es online zu kaufen. Außer bei Steam da ist es okay. Aber bei Blizzard, meine Güte, ich hasse es einfach. Also, wir spielen eine Runde Overwatch auf jeden Fall. Ich zocke dieses Spiel seit gestern ein bisschen durch. Und ich würde mich echt freuen zu streamen, weil es ist wirklich ein geiles Spiel. Und wir würden mich natürlich freuen, wenn es euch auch gefällt. Da werden wir so, schätze ich mal, zwei, drei Stunden streamen. Ich schätze, also ich hätte geplant eine halbe Stunde Minecraft und dann halt eineinhalb bis zwei Stunden. Auf jeden Fall Overwatch, wenn nicht sogar zweieinhalb Stunden. Ich würde mich freuen, wenn ihr alle dabei seid. Weil es könnte ganz nice werden und ganz lustig werden. Ich hoffe natürlich, ihr seid dabei. Und sorry, dass es hier so blendet. Aber wenn ich den Rollladen hier so zumache, dann ersticke ich hier drinnen. Weil es hat gefühlte 30 Grad. Und würde jetzt meinen Rücken sehen. Ja, ich bade wieder mal in meinem eigenen Schweiß. Könnt ihr zitieren natürlich, wie immer. Man! Ja, ich würde sagen, das war es eigentlich auch schon dazu. Es sollte nur so ein kleines Update-Video sein. Es kommen wieder Videos für Mittwoch. Nehme ich heute noch auf. Hoffe ich jedenfalls. Und ja, wenn es euch gefallen hat, Daumen nach oben da lassen. Würde mich sehr freuen. Abo würde mich natürlich noch mehr freuen. Und wenn ihr den Stream nicht verpassen wollt, unbedingt abonnieren und die Messages einschalten. Und ja, das war es eigentlich zu dem Video. Ciao Leute. Habt noch einen schönen Montagabend. Und zockt gut. Ciao.